Es ist ein Urteil dessen, was die Kunde nicht haben, ja. Ich habe zu Hause 52 Schlotts und unser Triebfahrzeug, das haben wir von einem Fahrzeug, die sich aus eigener Kraft bewegen können. Das ist ein Urteil der Kunde. Das ist ein Urteil der Kunde. Das ist ein Urteil der Kunde. Das ist ein Urteil der Kunde, die sich aus dem Kunde bewegen kann. Die Kunde sind ein Urteil der Kunde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Guten Tag 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 Vielen Dank.